Ich gehe mir gern an, ich reise dienstlich. Kaum taucht da irgendwo auf, unser guter Mauritius, schon hat er was durcheinander gebracht. Sie haben es nötig zu witzeln. Sie machen ja Urlaub, nicht wahr? Sie haben keine Ferien? Nein, ich habe keine Ferien. Und ich erlaube mir zu fragen, was geht Sie das an? Wer keinen Ferien-Scheck hat, bekommt kein Quartier. Wer keine Ferien hat, kann keinen Ferien-Scheck haben. Ich werde dafür sorgen, er wird Ihre Tochter hier im Urlaub in Ruhe lassen. Ich habe das mit ihr! Ich jag sie zum Teufel, mit dem Stein um den Hals, wenn du willst. Kurz, ich ertränke sie, wenn du willst, sofort. Warten Sie, warten Sie, ich herzuhilend! Der Teufel soll sie holen, jetzt ist er weg! Ui, das ist Kunst! Ich verstehe da was von. Man sieht ja hier so allerlei. Zieh ab, Junge! Hm, schön, sehr schön! Die Formel, eine tolle Figur! Manche Frau wünscht sich so eine! Warum verlobst du dich denn nicht? Ja, das ist ja die Frage. Ich weiß nicht mit wem. Mach nur mit mir! Du musst sofort Ja sagen. Du musst dich zumindest provisorisch, versuchsweise mit mir verloben. Und zwar sofort. Na, so eilig hast du es ja noch nie gehabt. Ach, das war mir auch noch nie so ernst, Läuche. Sag Ja. Nein! Doch! Ich hatte die Unterlagen in die Aktentasche getan. Die Aktentasche stand hier in diesem Zimmer. Unbewacht. Aber ich warne Sie. Von wegen mit allen Mitteln. Treiben Sie Ihre Albernheit nicht zu weit. Und jetzt werde ich ihn vor seiner Haustür ein bisschen totelagen. In dieser Gegend geht's um. Sind Sie abergläubisch. Aber ich. Seit heute. Wie macht ihr das? Ich hatte dich schon immer gern, nur hab ich's nicht gewusst. Mein Herz schlug viel, doch leider ist für dich nur unbewusst. Der Liebe, Wege sind oft lang, manchmal auch verwirrt. Doch helfen Zufall und das Glück, dass doch noch was draus wird. Immer nur grad und akkurat. Ja, das wäre echt fach, das wäre scharf. Ja, das wäre nicht schön. Wer jung ist, wird mich verstehen. oidяс. Nichts? Ja.